Moin Moin Heute haben wir Einen weiteren Test für den Endboss Und zwar Will ich Wie heißt das gleich noch Mal gucken ob man mit dem Medusa Kopf den Drachen einfrieren kann Und Ja Einfach mal gucken So Also Machen wir mal wieder das Endgame Ding Und da wurde noch gesagt man kann das Schwert irgendwie Direkt am Herz einsetzen Ähm Ich weiß nur dass du Dass man sich selbst töten kann Aber nicht den Drachen Aber das könnte man auch noch mal ausprobieren So 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 So, dann gucken wir doch. So. 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 So Freunde, anscheinend gibt es noch die Möglichkeit, das böse Ende beim Drachen zu bekommen, indem man einfach wegläuft. So. 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 ist. So. So. eine weitere methode geben und zwar dass man halt den drachen angreift wie üblich und anschließend zum herz krabbelt und dort das schwert einsetzt oder so aber was ich da in erinnerung habe ist vom letzten mal dass man nur sich selbst töten kann also testen wir das mal ja man kann nur sich selbst töten okay so und das ist jetzt die das andere ende okay und das ist die lake so aber für was lest du forget du hast eine Welt wo du gehst da du bist da du bist der 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 ist und es ist mein der 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 die 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 schlitzel der die 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 Und wenn wir jetzt einfach ja sagen... Okay, nein. Hahaha. This is your will. Then behold, a world unmerciful. The letter to the nebulous hands that dies. The letter to the nebulous hands. The letter to the nebulous hands. So. Nice. You find it strange. But this is your world. The world to which you longed to return. Alas, if only you had chosen to become sovereign. At the end of your travails you could have ruled over these lads in perpetual peace. Yet that world of limitless possibilities has ended. You stand now upon its remains. The vestiges of a world that could have been innumerable wills served to deliver this world from extinction. You alone have refused to carry out that great purpose. What you see before you is the consequence of your happy hope. Okay. 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 Cool. Es wird alles kommen zu einem Ende. Als es nicht zu sein wird, und als es nicht zu sein wird, dieser Welt, in der Blink des Augen, der Sickle des Oblivion, wird das, was Sie wissen. Ich würde Ihnen nicht zu verhören, diese letzten Moments. Vielleicht, in dem zu tun, Sie kommen zu sehen, die Wahrheit. Und wissen, die wretchedness der Welt, unvergleichbar zu sein, wie sicher Sie sind, meine Wanda. Willst du in diesem Weltkrieg beendet, sie abzuhören? Okay. Oh, das sieht so böse aus. Oh, nice. Okay, nice. So, das will ich aber erst später machen. Wenn ich das jetzt wieder lade, lande ich wieder da? Okay. Der letzte Speicherstand wurde gelöscht. Äh, äh. Mist. Ichinsi nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Moment. Okay. Okay. Spielen wir mal ein bisschen mit den Speicherständen rum. Ups. Okay. 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 So. Dann testen wir jetzt mal die Medusa-Köpfe. So. 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 Schuss! Ja, also jetzt kommen die Medusa-Köpfe. Ja, also die Medusa-Köpfe. Ups. Alter. Oh. Lass ihn passieren. Komm her, prüge deine Kraft! Tja. Ich wollte ihn eigentlich nur runterschweißen, dann passiert sowas. Okay, jetzt mach ich mal ernst. Das sieht aus wie ein Mechanismus für mich. Ought we to activate it or let it be? The choice is yours, Arisen. We pawns will be ready to respond, whatever the outcome. Okay. 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 So. Und nochmal. Okay. Okay. ließen. So. Ja. 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 Wieso funktioniert denn der Kack jetzt nicht? Okay. 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 Die Pawns können sich über die Wrisse über die Wrisse entdeckt werden, das mit der Verkaufung der Wrisse entdeckt werden. Entschuldigung. Entschuldigung! Wir machen uns den Pretender zu Ihren Titel, Master. Ich hoffe, die Mann ist nicht möglich. Use me as your foothold to soar to greater heights. With this, my magics are yours to wield! So. Though what awaiteth the world, should it meet such a fate, would become that fate, fragile, vacuous thing, bereft of the cycle, nought would be born into its same chaos, rare and terrible. Surviving in such a world would be no simple matter. The world shall not change with my death, nor shall it change with thine. Consider the wisdom. How it is thou came to be here? How have the once closed paths before thee come to be cleared? Think well, Elism, but rest not. I will know thine answer through the strength of thy life. Ich musste gerade mal gucken, warum ich... Oh, jetzt geht's. Super. Oh. Ja, das bringt ja überhaupt nichts dann. Okay. Dann farmen wir jetzt mal... ...einen Medusa-Kopf. Zischen Mad Men Café 2 1 2 2 3 4 5 4 9 Das war's für heute. No questions asked. Do stop by again. Do stop by again. Do stop by again. Do stop by again. Oh, ich sollte den Sea Crystal mitnehmen. I grant you Ice's fight. I grant you Ice's fight. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh. Bis zum nächsten Mal. This spell will empower you with elemental magic. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Nice. Okay. Das war's. Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Beg pardon, if I take you see, der bin nicht für die Koffein ist es, nein, keine Frage. Blast. Pfff... Beg pardon if my hospitality is.. but if you seek a bed and the coin is yours. No questions I ought... So. 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 Was für dieses Wettbewerb macht diese Wettbewerb? Vielleicht können Sie sich das investigieren. Ihr bringt uns zu spüren. Und ob der Böden oder Böden erwartet, die Erfahrung wird nicht weniger wertvoll sein. Das ist gut. Ich bin ein Glück. Ich dachte, ich bin hier für Nort. So. Du hast mich nicht zurückgehalten, oder? Wow. Wow. So. Oh. Wo zur Hölle bin ich denn hier gelandet? Äh. Hoppala? Oh. Need healing. I'm happy to oblige. Hold. Just a moment. I'm happy to oblige. Wo bin ich hier? Oh. Äh. Äh. Okay, also das funktioniert auch. I've just remembered a curious rumor I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the rift that has... ... 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 Die Welt wird, wie ich das. Du wirst nicht wissen, was der Welt erwartet, ob es so ein Geheimnis gibt? Es wird ein fleißig, frägell, vatwösser Ding, bereft von der Cycle. Nichts wird in den gleichen Chaos Ah, diese Reisen sind immer... Uff. Ah, diese Reisen sind immer wieder. Ach, diese Reisen nicht. Ich weiß, dass du deine Antwort durch die Kraft von deinem Willen wirst. Du solltest du durch die falsche Benevolenz schrauben in diesem Welt. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte endet. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte endet. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte endet. Diese Brache wird dir mehr als eine Blister geben, aber die Zeit, dass du dich bekommst. Cool. Cool. So, dann gucken wir doch mal. Oh, mein Gott. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist eine schreckliche und schreckliche Sache, bereft von der Cycle. Nichts würde sich in den Khaos nötig, großartig und schrecklich sein. Überleben in so einer Welt wäre kein einfaches Thema. So, ich frag mich, wie lange der Medusa-Kopf hält. Also, wir haben jetzt einmal den Medusa-Kopf eingesetzt und haben 100 Lindwurm dazubekommen und ja, wir testen das jetzt Nummer 2. Finde ich bis jetzt cool. So. So, Nummer 2. Also, man kann den Drachen zumindest einfrieren. Und dann gucken wir mal, ob wir auch noch Nummer 3 durchführen können. Und wie oft man hintereinander den Medusa-Kopf einsetzen kann. So. Die wieder anquatschen. Überspringen. So. Anquatschen und überspringen. Dann können wir mal nachgucken. So. Wir sind jetzt im zweiten Lauf und haben immer noch den Medusa-Kopf. Aber wir hatten keine Lindwurm-Kristalle mehr. So. Schade. Also kommt jetzt Versuch Nummer 3. Also ich, ich weiß nicht, ob die da jetzt mitgedacht haben und gesagt haben, das ist ein bisschen... Es könnte natürlich sein, dass man einfach sagt, okay, hey, komm, wir nutzen das Ganze jetzt einfach für die Diebe, die Klauen. Dann frieren wir die ein und fängt von vorne an, klauen, versteinern den und klauen. Oder ich muss ihn zumindest einmal angreifen, kann das vielleicht sein? Ich teste mal. Oder ich muss ihn, äh? Ist das nicht alles? Du würdest verändern den ganzen Welt, mit deinem Willen allein. Die Wahl ist, deinem Willen. Deine Willen, deinem Willen, diese sind alle die Möglichkeiten du hast, um deinen Weg anew. Du bist zu lang. Die Zeit ist auf uns. Wir müssen einen Begründer entscheiden. Du bist zu lang. Und in so doing, wir müssen einen Link in der Klinie die diese Runde verbinden. Oh, erzähl mir, Arisen. Was ist dein So. 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 Saos. Hype. So. 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 Wir sind jetzt bei dem vierten Run. Ich habe den einmal angegriffen. Aber wir bekommen keine weiteren Kristalle. Also, das funktioniert leider nicht. Vielen Dank. 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 Ja, kicken wir doch mal, was wir da machen können. So, dann rammen wir jetzt das Schwert in unser Herz. Ja, das können wir ja schon alles. Ja, das ist 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 ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, wir das哪en. Sie landschiffen... ...Tiefseeschrein. Oh, da ist eine Truhe. Okay. Okay, also hier haben wir unsere erste Truhe. Ein Reisestein. Und noch ein Reisestein. Okay, nice. Noch ein Reisestein. Cool. Alter, wie viele Reisesteine gibt es denn? Wieso liegen hier überall Reisesteine rum? Oh. Oh, wow. Wow. So. Da ist noch eine Truhe. Und noch ein Reisestein. Wow. 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 Oh. 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 Reisestein. Oh. Oh. Wie viele Reisesteine gibt es denn hier? Oh. 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 Perhaps we ought to seek out his wisdom. Oh, ein Zielkristall. No longer do I feel the probing ga- I am his who brought the dragon bow, and o'er its bones raised the proud kingdom of Fearne. Despite the magnitude of my faith, I was dissatisfied and sought ere greater heights. To us, did I come to know of the being by whose many eyes and ears. No one or thing in this world goes unobserved. As to the purpose with which they watch. I know not yet I did divine one thing. This one I despaired this discovery. For, if all is but a sly, t'was all a farce. And I, the fool, exulting, wooden crown. Do you understand, nearest of the arisen? This is why I sought to fell the watching one. Alas, though I cut down all who seemed false. Be they man or woman, indeed. My efforts. I was dubbed the mad sovereign. And by the hand. Yes. I can only assume that you have achieved. But how else to explain the changes I sense in the world. Oh, nice. I see you have returned, arisen one. The mad sovereign has called, and so we answer. If you would save the people of this world from ruin, for this place may chance to escape the coming destruction. Making this place a refuge is a spree- The mad sovereign's pit could prove the last bastion of Hlaas. Till not the coming destruction can only truly be forestalled. Since times of old, remember. Draconic blood. The mad sovereign has appeared. That's right! That looks so nice. It falls through the veins of the Bernaibiji farewell. We two, as we walked, are one in despair and one for fear, yet you bear hold fast to your strength. Okay, kann ich irgendwo meine Dingestens ändern? Okay. So, auf nach Bagpadao. We seem to have a ride without issue, but how are we safe here? Oi, no need to overthink it, you can... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese Writings könnte sein als Import sein. Gehen wir einen Blick auf? So, jetzt holen wir unseren Hauptwassal. Oh. Oh. Das war's für heute. Ich konnte nicht mehr, wo ich nicht konnte. Der Porn ist, nachher alles. In deinem Absatz, ich hatte gedacht, dass dein Porn mit mir ein paar Informationen geben könnte. Sag mir, Arisen. Was wurde dir von dir in den letzten Monat? Also, nachdem du in den Meer, auf den Draken, ein mysteriösser Präsenz, könnte das für den Weltraum sein sein? Doch warum würde so ein Mensch in diesen Fathomless Decken? Ich kann nur spekulieren. Und spekulieren, ich werde. Das sollte sich für eine fruchtvolle Anwendung der Anwendung. Für das, ich danke dir. Jetzt, wenn du eine Möglichkeit hast, zu Ende dieses Interminable Slumber, dein Porn ist, natürlich, frei. Oh, Master. Wie lange habe ich geglaubt? Es ist zu lange, es scheint. Aber keine Angst. Jetzt, dass ich wundere, werde ich folgen, wo auch du leidst. Ich habe nie für einen Moment nie gedacht, dass du stärker bist. Ich habe gesagt, es ist ziemlich ein Relief. Aber sie sagen, dass die Dinge für diejenigen, die warten. Jetzt, wenn ich das denke, ich denke, dass ich den Lord Phasus lamentiert, dass es nicht wichtig ist. Sie und ich, wir suchen, ein paar Möglichkeiten zu verbrechen, wenn Sie einen Interesse in uns helfen, zu kämpfen. Aber es ist alles gleich. Entweder. wir sehen uns, wenn Sie nicht, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. So. Das geht von BAD zu BIRS. Die Magics are at your disposal! Die Magics are at your disposal! Die Magics are at your disposal! No miracle will bring us victory here. We ought to withdraw and rethink our approach. I'm not sure what to tell you. Oh. Ha ha ha! Let's drop all of the enemies! Hey! Rosa! Let's go! 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 Danke, Freund. Diesen Ort ist nicht lange, ich schaffe. Wir sollten uns zu sagen, dass ich dich glücklich aufwenden. Versteh mich. Aber die anderen hier? Fölf mich. Sie sehen, was ich meine. Du hast hier gesammelt, Herr. Wir können noch mehr anbieten? Es ist ein Stuhl, dieses Ort. Ein Kompond, wo wir die Kaffeele arbeiten konnten. Sie waren supposed to be digging up old ruins, oder so. Ich bin froh, dass ich nicht alle die In- und Aus- und Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus. Unterlegs wie ich mich wurden, wurden zu ordnen, und nichts anderes, wie sie sehen. Das war's für heute. Okay. 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 Oh, hier war falsch. May half we could bring the people to the sea floor shrine, to protect them from the red clouds of farms if only for a time Still It's easier said than done the people may not believe us even should we make our case So, there was Arlrager he thought to take the point. He always was a spiteful. At any rate, I'm well grateful for your aid, friend. I only hope they'll heed my words, but I'm not worried. I'll find a way to reach them in time, with no doubt. My word! With this, I'll be able to guide the- Now, there's no chance of any of them, but it seems I've no end of things to thank you for. I appreciate all you've done here. I'll keep the pawns to safety, don't you worry. With this, their evacuation is all but assured. God, God sways a loathsome artifact. Spock, I suppose they have their uses. That was certainly worthwhile. Well, thanks, sir. How was the day treating you then? Come to think of it. To the hot goblin! 988 feet! Our strength! One shot, let them hog! One shoot! Two shoot! Das war's für heute. So, ich wollte mal gucken, irgendwas konnte man mit Talos machen, sonst würde er hier wahrscheinlich nicht auf der Karte leuchten. Okay. Oh, ha! Ah! Oh Gott, was ist das denn? Okay. Oh Gott, was ist das? Oh Gott! You've impelled it! Go forth Talos! May you strike down! The statue came alive again! It does not appear poised to attack us. Let us keep watch for the time being. Quoi. Schau, Rhythm! Eine Ballista! Das könnte uns eine Bedeutung in der Kriege geben, wenn wir es gut benutzen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh. Okay. Okay. Oh! 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 Oh, schade. So, ist der Drache hier jetzt noch? Okay. Okay. Und hier sind wir, in der Blick eines Augen. Wir müssen uns überlegen, Inks. Wir versuchen in Zeit. Die Batali-Nighten benutzen diesen Ort um zu trainieren. Du bist nicht einer von uns, also ich kann nicht vorstellen, dass du ein Business bist. Oh? Du glaubst, dass wir uns evakuen müssen? Vater, ich sage, wenn wir müssen, dann werden wir... Okay, also müssen wir jetzt zu dem Schmieden. Ich hoffe, dass wir sie mit dem Schmieden besuchen können. Ich wusste, dass es so sein soll. Ich weiß nicht, dass sie mit dem Schmieden benutzen können. Ich weiß nicht, dass sie mit dem Schmieden benutzen können. Ich weiß nicht, dass sie mit dem Schmieden benutzen können. Es ist eine Schmiede. Wir sehen uns, wo es liegt? Ich weiß nicht, dass sie mit dem Schmieden benutzen werden können. Hier hin und den Medusa, äh, den Medusa-Kopf, den Zielkristall mitnehmen. Und dann... ...hier hin, drüber laufen und dort den Zielkristall aktivieren, den hab ich anscheinend vergessen. Sauber. Oh. Schöne. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Oh. Okay. 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 Das ist eine sehr gute Entscheidung. 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 Okay, dann haben wir das geschafft. Das ist eine sehr gute Entscheidung. 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 Okay. Gibt es hier unten eine Truhe? Okay. 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 Oh, okay. Was für ein hässlicher Wurm. Oh. 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 Oh... Oh. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Die Feuer muss sich auswählen, wenn die Beobachtungen erneut werden. Oh! 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 The fiend moves nimbly by- ...ligging to the terrain. Try to keep it within your gaze at all times. We can get some stuff at the moment in front of the center. We'd like to touch the gate with cybercrime! Of course. My magic's are at your disposal! Also, der Boss ist ja mal maximal nervig. . 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 Was ist das? Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 So. So. Das war's. 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 Hello. Oh. Oh. Das war's. Das war's. Und wo ist. Das war's. Oh. Nice. Das war's. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 What's. Okay. 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 Wow. Okay. 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 Nice. Okay. 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 Oh, ja komm, ich sterbe jetzt. Victory is at hand. Give no quarter. Oh, ja komm, ich sterbe jetzt. Oh, ja komm, ich sterbe jetzt. Oh, ja komm, ich sterbe jetzt. The fight has come to us! It's on guard everything! No! I ought to have a brace for that! Most of the head will send the scope relief! It's this shed for most! It's on guard! Kitor! Oh! Warte mal. Ich werde meine Magik imbüren mit den Füren der Elemente mit den Füren. Wir haben noch mehr Angst vorhin. Die Red Clouds'influencer hat. Wir brauchen noch Sturdier equipment. Vielen Dank. Den Drachen haben wir geschafft, aber trotzdem war das echt hartnervig. Gott sei Dank. So close a call offers no solace in victory. Wir waren überconfident in unsere Fähigkeiten. Es ist eine schmerzige Erinnerung, dass die Fortune nicht immer uns schützt. Das ist eine schmerzige Erinnerung. Ich glaube, dass unsere Fähigkeiten von einem Sorcerer ist. Das ist eine schmerzige Erinnerung. Das ist eine schmerzige Erinnerung. Das ist eine schmerzige Erinnerung. Ah. Ja. Assassinenbeinkleider. Hm. Die sehen nice aus. Die sind genau hier. Oh oh. Das war eine kacke Entscheidung. Klettern wir hier einfach wieder raus. Oh. 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 Fall back, and I will heal you with my magic. Wait right there. Wait. 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 Let's have a plum on the bus. Let's take a big apple to the top. Wait. Okay. So cold? cadets? Okay. 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 Oh, da ist ne Truhe. 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 Okay, da kann ich nicht hin. Oh, da ist ne Truhe. Oh, da ist ne Truhe. So, ich muss mir auf jeden Fall irgendwie... Oh, da ist ne Truhe. 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 So, die lassen wir jetzt einfach mal sterben. Okay. Das dauert jetzt ein bisschen, aber das sind Wiederbelebungsmaßnahmen. So. Und jetzt müsste sie hier mit vollem Leben wieder rauskommen. Jo. Ich habe angefangen zu fragen, ob du mich für gut auspustest. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. 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 Okay, der war bedeutend einfacher. Okay, der war bedeutend. Okay, der war bedeutend. Okay, der war bedeutend. There's no greater peace than when I'm by your side. Okay, der war bedeutend. Okay, der war bedeutend. Okay. 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 Dann machen wir das hier ein bisschen anders. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wait right there here an enchantment of cold Right where I want you What can be achieved without sacrifice A peculiar sensation filled me during my time with Lord Faces Although I was wholly unconscious I could still feel you arisen The beast fell powers are twice as terrible in the flesh What can be achieved without sacrifice? What can be achieved without sacrifice? Alas, a theory of improvement is of little practical use I need to be tuppies This is my personal and intelligent If you can click on Canvas If you just click on this With a crètement 님 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wie geht's jetzt hier weiter? Also wir laufen jetzt die Halle hoch, aber... Ah, wir sind im Palast. Das ist ein Affront, ich schaue dir. Das ist ein Affront, ich schaue dir. Das ist ein Affront, ich schaue dir. Okay, und jetzt? Das ist ein Affront, ich schaue dir. 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 Ich hoffe nur, dass dieses Sanctuary von deinem... Was ist das denn? Hä? Warum wurden die jetzt eingesaugt? Was ist das denn? So, dann gehen wir doch mal nach Warenworth. Dann gehen wir doch mal nach Warenworth. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Vielleicht wird das ein wenig, aber... Wenn ich ein Archer war, ich dachte mir, ich war ein Rang-Rang-Kombat. Lachen Sie. Es ist eine Ehre, zu sehen Sie wieder. So... So... Dann wollen wir mal ins Schloss und wahrscheinlich mit Sven reden. Mal gucken. So... 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 Okay, das ging ja easy. Hi. Oh, was hast du denn bestellt? Oh, krass. Darauf habe ich keine Lust mehr. Ähm. Ah, okay. Ähm. VB-Programmierung oder Allgemeinprogrammierung habe ich keine Lust mehr zu. Ich glaube, dass du mich soverein gemacht hast. Aber in Wahrheit, du hast versucht, die viele unserer Menschen zu verbessern. Ah, aber ich würde den Vorteil. Außerdem, ich kann nicht verabschieden, dass ich stolz bin. Auch so, ich kann nicht helfen, aber zu fühlen, dass all... Oh, Sven. Mother, ich sage dir, du gehst in der Evacuation. Du, ich würde nicht sehen, dass du deine Gefühle vollständig machen würdest. Oder das Wettbewerb ist so viel zu mir, wie ich... Mein Sohn, du wirklich wirst. Deine Kindheit wird sehr viele Leben verabschieden. Das habe ich keine Wettbewerb. Ah, du hast zurückgebracht. Du hast. Das machte Geld für die letzte unserer Präparation. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Programmierte da dran ziemlich saufend ist ein einsperrender Licht, den nicht zu sehen. Nee, auf jeden Fall nicht. Wenn es dann auch noch nicht gut beschrieben ist, in dem Programm hast du erst recht Probleme. Aber heißt das Buch so und dann wird er voll auf Vorkenntnisse gegangen? Ja. 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 Natürlich auch richtig blöd. Ja. 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 Okay. Wie Assistent und Aufzeichnen. Das kannst du echt keinem erklären. Da sollte man doch eher nur das ziehen, was man braucht und das auch ordentlich schreiben, damit das zu ruhigeren Verbindungen kommt und nicht... So wie du das gerade beschrieben hast, das ist ja echt... Eww... Ich verstehe nicht. Was hat in unserer Welt gefordert? Oh. Cool. 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 Das war's. Alter. Alter. Das war's für heute. Okay, ich hätte echt gedacht, dass du das ohne Recording machst, besonders mit SQL-Verbindung. So close a call offers no solace in victory. Ja, wollte ich gerade sagen, mit Macro-Recording und, und, und kriegst du doch voll viel Nebencode rein. Ja, ist ja komisch. Und, naja, ich würde nochmal eben eine kurze Pause machen und dann würden wir uns gleich wiedersehen. Also, ja. Okay, ja, das kenne ich auch, das ist die Hölle. Ja, wie gesagt, ich mache eben eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was most effective. Okay, und wofür willst du das Ganze einsetzen? Ah, okay. War auch ne coole Idee. Okay. 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 Not gonna. Okay. Okay. Yeah. Okay. Ah, okay, ja, nee, dann, wow, dann geht das völlig klar. Ah, okay, ja, nee, dann, wow, dann geht das. Ah, okay, ja, nee, dann, wow, dann, wow, dann geht das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, okay Ja Aber das finde ich auch Das finde ich dann eher cool Ist dann halt nur auf Dauer irgendwann problematisch dann, wenn Äh, irgendwelche Funktionen deaktiviert werden und die echt schwer Wieder umgesetzt werden können Ah, okay Was ist denn Jet 4? Okay Das sind böhmische Dörfer für mich Ah, okay Cool Habe ich noch nie was von gehört, muss ich sagen Our comrade is under the enemy Oh, Kapuze der Dunkelheit Haben wir hier gefunden Außerhalb des Dorfs kann man hier runter und dann da hinspringen Landet man hier Okay 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 Okay, also sowas wie ein ODBC-Treiber dann Also ich nehme mal an, dass ODBC Äh, eine andere Form von Treiber ist Ah, okay Ah, okay Ah, okay Ah, okay Ich steige, ich steige es zu wählen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, das sind auch böbische Dörfer für mich. Ähm, aber cool, dass das so funktioniert hat. Das finde ich auch immer genial, wenn du, äh, sowas relativ easy machen kannst, ohne dann großartigen Stress zu haben. Uh oh. Uh oh. Wow. Wow. Ja, das glaube ich. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Einstellung finde ich gut. Die Einstellung finde ich gut. Ja, klar gehört das der Firma, würde ich sagen. Also, so sehe ich das zumindest. Ja, klar gehört das der Firma, würde ich sagen. Ähm, hast das Ganze ja unter Firmen-Eigentum produziert. Ja genau, also die haben dich bezahlt, damit du ein Stück Software erstellst. Das wäre was anderes. Du könntest doch jetzt eigentlich sagen, da du das zu Hause, die Verbindung mit der Datenbank wieder eingerichtet hast, wäre da dann nur auf diese eine kleine Verbindung, die du angestellt hast, wäre dann dein Copyright in diesem gesamten Code. Gut. Okay. Ähm, dann ist das auch wieder was anderes, aber wenn du jetzt deine private Zeit für ein Code-Snippet einsetzt, würde ich wirklich sagen, ähm, dann gehört dir auch der Code-Snippet. Aber, alles andere. Also, wir können hier. Oh, das war. Das sind generalisiertes als Material. ...material. ...different combinations of materials result in different creations. Mufus! Dad! One of us has been drenched! The day grows darker with our every step. He is pricked. It will be difficult to pinpoint distant bones by sight alone. Oh. Naja, aber... ...ja, die ganze Copyright-Geschichte und 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 ist eh... ...schwierig. I will protect you. I will protect you. Over here! Ja, siehst du... ...das wäre... ...bei mir in der Firma was komplett anderes. Ähm... ...da wird sowas nicht anerkannt. Sondern... ...also... ...was heißt anerkannt? Also du kriegst ein... ...ein Tätschelchen auf die Schulter mit gut gemacht und das war's dann. Ähm... ...das finde ich ein bisschen schade, dass man... ...ja... ...kenn ich was von, aber... ...ähm... ...bei uns in der Firma ist das leider nicht ganz so cool. ... ... ... ... ... ... Führung der Elementen Vielleicht ist es Zeit, du benutzt deinen Lantern, Master. Ja, das ist mega. Bei uns gab es halt die Problematik, dass verschiedene Softwareprodukte nach wie vor händisch installiert werden müssen. Und ich habe mir dann ein Skript geschrieben und ausgedacht und und und, was ist so gesehen komplett automatisiert und dann auch über Tools verteilt werden können. Das war dann, ja, schön. Also ist immer so zum Teil echt blöd, wie damit dann umgegangen wird. Das war dann, ja, schön. Das war dann, ja, schön. Ja, da kenne ich was von. Das war dann, ja, schön. Okay, das ist auch fies. So muss das. Okay. 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 O, 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 O. Oh, hier ist ein surprise. At least all our reference. This weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. You've been doused in oil! You must steer clear of fire! Let's go! Dare I say it? We trounced our foe. Well and true. No doubt this triumph will spur us into the next. So, the question is... They're not operating anymore, are they? It's perfectly... Do I search here now all the water and items? Or... Do I just do it? They're coming up to a spot. How many people are operating in the future? How many people are operating in the future? Oh my God, oh my God. Oh my God! Oh my God! Oh my God, oh my God. Würde ich aber auch so machen. Ähm. Ich habe mit. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe zum Beispiel mit Absicht nie in meinem Leben studiert. Einfach für das, was ich in meinem, oh Gott, in meinem Job mache, ähm, gibt es kein richtiges Studium. Und, ich bin fürs Studieren nicht gemacht, sage ich jetzt mal. Deswegen, äh, habe ich mich dann entschieden, nicht zu studieren. Hehe, ähm, einfach so, der Hauptgrund ist wirklich, ähm, dass ich da dran, glaube ich, kaputt gehen würde, weil das so uninteressant für mich ist zum Teil. Duol. Ja, ich glaube das schon, aber ich bin halt Vollblut Supporter Und Ich glaube das Könnte ich nicht Also dann auch noch studieren Oh Ey Studieren kann man immer und man kann ja auch ein Fernstudium und 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 machen Also das würde ja alles gehen Aber Ja, ich sehe das irgendwie nicht Look As long as you Please Do come again No purchases to be made today I see I just hope the shopkeeper Well met Pleasure doing business Do not forget that we worked there as ought What I would ask You My thanks Greetings You need only make a worthy offering in exchange It is lovely to see you Boy No need to overthink it You Can change it Many thanks You've chosen the path of a magic archer then A sensible choice The arisen's graceful form will find no equal upon the battlefield Since time Remember Dracon Then I bid ye farewell Are you in the market for something In particular Always a pleasure Ja Also Zum einen muss man sich das richtig überlegen Und Was ich auch zum Teil wichtiger finde Ist man muss da auch wirklich Bock drauf haben Wenn du da überhaupt keine Lust zu hast Dann bringt das ja hinten und vorne nichts Wenn du dann auch noch Irgendwie Versuchst zu studieren Und Dann Hast du halt hinten und vorne keine Zeit mehr Und ja Was With brockers So ask away My hammer is at Ich 거야 und Ja Das ist Ich Wenn du mal Und Und Ich Wenn ich K Oh. Oh, okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, ich weiß nicht. Also, hätte ich die Chance und hätte auch wirklich Bock drauf, würde ich das, glaube ich, machen. Aber so jetzt aus meinem aktuellen Stand, würde ich sagen, weiß ich nicht. Oh, shit. 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 Reisestein. Nice. No mercy. Ja, es kommt wirklich immer drauf an, aber ich habe wirklich zwischenzeitlich echt hart das Gefühl, dass da irgendwie Mehrwert aufs Studium gelegt wird und nicht auf aktuelle Leute. Oh. 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 Ich bin nicht properly equipt für diese Situation. Mayhem, ich sollte eine neue Weapon finden. Was ist hier? An Enchantment von Kohl! Freize our guns! Fall back! And I'll see you in my back. I'll be right back. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Clouds of red cover our skies. Foul omens abound. Foul um uns abound. Dann! Do not waste this chance. First time our advantage! Strike fast and true and our quarry shall die! Nice. Ja, das einzige, womit ich Problem habe, ist, dass bei uns in der Firma bist du höher eingruppiert, wenn du studiert hast. Und das finde ich zum Teil ein bisschen ungerecht. Weil unsere Firma halt so spezialisiert ist auf dieses eine Jobfeld, dass du eigentlich erst komplett eingelernt werden musst, bevor du überhaupt richtig arbeiten kannst. Dann dauert es trotzdem noch eine Zeit lang. Und dann lernst du halt jemanden ein, der zwei Stufen über dir ist. Und der macht dann denselben Job wie du. Das ist ein bisschen hart frustrierend. Das ist ein bisschen hart. So ich hab noch Ich hab noch einen anderen lustigen Trick gesehen Ich kämpfe hier 1 zu 5 gegen den Drachen Ich hab noch einen Schaden Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, also mit Respekt hat das dann in dem Fall nix mehr zu tun. Also die respektieren ein und alles. Das ist alles in Ordnung. Aber es ist halt verdammt frustrierend. Ja. Streich fast und true an our quarry shall fall. Riley. Hiborischer Lurikon? Nice. Ja, ich hab die, äh, den, den Zauber richtig eingesetzt. Mal gucken, wie schnell das hier geht. Okay, das war wahrscheinlich nicht die beste. Ja, ich hab die. Das Angriff ist eine Gefühle. Wir sollten unsere Distanz aufhören, wenn es umgekehrt ist. Das ist einfach gemacht. Du musst nicht aufhören. Vielen Dank. Ich habe, dass ich die Leute, die sich nicht mehr überprüfen kann. Uh, 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 uh. Let's my magics grant you an elemental boon. Let's see what you're made of. Let's see what you're making. 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 Oh, ein Reisestein. Oh, ein Reisestein. Oh, ein Reisestein. Das war's für heute. Nähren wir uns unserem Ziel. Oh ja. Oh ja. Do not despair, I'm coming to your aid. Glad to see you have the matter in hand. Strike hard enough. Might not have to do this twice. Strike fast, make sure, and our quarry shall fall. Okay. I'll do this later. The point of the risk of retirar me. I'll do this later. Oh yeah. I'll do this later. I'll do this later. No. I'll do this later. Okay, it's a funny second. Ich bin jetzt nicht mehr. 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 Ich bin jetzt mehr. Ich bin jetzt mehr. Schauer! Isis' sting is yours to heal. I will protect you. Ah, den hab ich geschafft. If I do say so myself. Let us try for the same results with our next attack. Und uff geht's nach oben. It would seem our fight is not yet done! We fight! To arms! Sehr gut, das muss man sein. Das Feuer muss sich herausfinden, wenn unsere Beobachtung erläutert. Oh Gott. So, das ist die letzte und das will ich mir mal eben Backup bitten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, der große Einhorn-Drache trifft echt gut. 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 Ich denke, ich habe die Idee. Ja, der große Einhorn-Drache trifft. 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 I shan't allow any further harm to come to you. Let my magic enjuie your weapon with the fury of the Elements. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann haben wir jetzt den letzten, das rosa Einhorn, getötet. Mal gucken, ob wir das Spiel jetzt durch haben oder nicht. Aber das sieht echt hart genial aus. Oh, cool. Der Schmuck ist weg. Wir lassen uns in den Wissen, dass diese Rägen aus der Verstärkung ist. Und hier sind wir, in der Blink des Augen. Sollen wir die Stücke? Oh. Ups. Oh, das ist der letzte. Nein. Ich würde, dass die Welt nicht zu kommen. Aber ich habe gesagt, dass deine Geschichte ein glückliches Wort wäre. Sie müssen nur die Gäste auswählen, um die Feuchtigkeit zu verhindern. Seit dem Zeitpunkt erinnert. Draco... Ich habe eine Blutflue. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oha! Oha! Oh krass! Oh! 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 Red, Reift of the Dragon. That role has been unwritten. Es ist klar zu mir, Arisen. Ich bin nicht mehr ein Wettbewerb. Deine Großartige Wille hat mich mit einer Lester Wille meiner eigenen Wille. Wille ist die Macht. Es ist die Möglichkeit, die Welt zu entwickeln, wie eine wille. Alter Schwede. Die Oblivion fadet. Diese Geschichte hat nicht geschrieben. Mein Herz schreit. Schreit. Eine neue Welt kommt. Eine neue Geschichte ist bereit, um zu entstehen. Aber es scheint, dass ich nicht da sein werde, um ihn zu sehen. Schreit. 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 Also Sven ist wirklich Erbkonsol geworden. Oh. Wilhelmina. Der Melbe ist trostlos. Oh, die Elfen. Oder Elben. Elben. Oh, cool. Die haben neuen Baum gepflanzt. Oh, weil ich ihn wiederbelebt habe. Puls und okay. Das ist geil. Oh. Aber Hugo hatte ich doch ein zweites Leben gegeben. Oh, er geht von den Klingen weg. Oh, nice. Geil. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, Caheramos. Das ist 커. Ich verstehe. Gott. Ich verstehe. Was macht der? Sigurd Glyndwer Lamont Deine teuren Anita Shelly Ah, weil die am längsten mitgelaufen sind Is Kyra 367 Tage Okay Nice Ja, nee, ich hoffe nicht Das kann ja nur problematisch werden Das war cool Stufe 8 Oh, fast 5000 Gegner getötet Nice Ja, und fast 74 Stunden gespielt Cool Aber das war Ein Richtig, richtig Cooles Spiel Also da muss ich sagen Da Äh Freue ich mich auch schon aufs DLC So Ich will mal gucken Wie das New Game Plus aussieht Was ist das? Now, which one of you was it? No need to be shy I've just got to take down a record of your name and face Come on Step forward Aha I thought I recognised you Ja Ich mach mich auch gleich In die Haier Danke Ich wünsch dir auch einen schönen Abend Und Dann bis Morgen Ich mach auch heute nicht mehr so lang Ich wünsch dir auch einen Schönen Abend und Gute Nacht Bis Morgen Ich liebe dich Ich liebe dich Die meisten von dir Es ist ein anderes Worry Nicht Vest Komm 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 so also das spiel hat sehr sehr viel spaß gemacht und hat auch echt diesen entdecker drang geweckt noch mal da zu gucken da zu gucken da zu gucken ich wollte es jetzt zu ende bringen weil es jetzt noch mal richtig fahrt aufgenommen hatte aber ich bin echt begeistert und bis jetzt ja also ich kann die bewertung echt verstehen vielleicht nicht ganz so gut weil die npcs und so weiter nicht ganz so intelligent sind sage ich jetzt mal es kommt einem eher so vor als ob die nur irgendwelche lauffade folgen aber sonst hat es sehr viel spaß gemacht und an sich könnte ich oder kann ich es empfehlen braucht natürlich den leistungsstarken pc aber ja also das so das fazit you were prepared to work the vicinity is quite cluttered Freilich! Ein Job gut gemacht! Was ist diese Komotier? Ich wollte noch mal gucken, wie... ... Schild von der willkommenen Schutz von Attacken. McCall, sind Sie aufhören? Komm hier, lass uns fliehen! So, gucken wir noch mal. Du musst, Joel. Das ist der einzige Weg. ... Wie kriegt man denn das Drachendogma? ... ... ... ... So, wie bekomme ich denn das... ... 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 ich würde sagen das war es dann für heute danke fürs einschalten und dabei sein und dann wünsche ich einen schönen Abend und gute Nacht, danke fürs dabei sein auf jeden Fall und auf Wiedersehen, cheerio und auf Wiedersehen